Wie ihr wisst, es ist bald wieder der Jungbau am Bezirkstag und da könnt ihr euch wieder einmal mitmachen bei der Wahl zu aktivsten Ortsgruppen. Jetzt habe ich da die Zettel zugeschickt, dann müssen wir gemeinsam ausfüllen. Was haben wir denn so das letzte Jahr alles gehabt? Wer weiß denn etwas? Mein Schatz, jetzt habe ich eher die Resten im Jungbau am Balkan gefunden. Das war letztens die erste Veranstaltung, mit der wir ins Jahr gestartet sind. Ich kann mir gleich erst die erste Veranstaltung eintragen. Das ist eine gute Idee, super! Was mir noch in Erinnerung ist, war das legendäre Sarfenkistlerin, was wir zusammen mit der JVW veranstaltet haben. Was mir noch in Erinnerung ist, dass die JVW am besten gefallen hat. Deswegen bin ich ja frisch und einen Tag länger geblieben. Ich würde sagen, wir sollen noch etwas in Familie und Gesellschaft einschreiben. Das wäre vielleicht wieder unser Rektor-Rallye vom letzten Jahr. Super! Das absolute Highlight, was man letztens sehen kann, ist, dass das zweite hier drauf ist. Wo wir sogar extra die Leibäle machen lassen haben. Aber die Firma Anteilank darf man ja gar nicht vergessen. Wir waren beim Gebietsanteilank in der JVW. Dann haben wir sogar ins Oberland in die Leutasch fahren. In Absam haben wir die Prozession gehabt. Und in Archerländen haben wir auch noch Erntelank gehabt, mit anschließender Kinderbetreuung. Haben wir überhaupt so viel Platz zum Schreien? Inser monatlicher Stammtisch steht unten und wir haben keine Getränke im Lokal. Und wir hatten eigentlich diesen Monat wieder Lokaltienst. Jetzt fällt mir etwas ein. Wir hätten ja einfach gebrauchen bei unserer Jungfrauenzeitung hin. Da hat man die ganzen Brandstätungen und alles, was wir gemacht haben, ja dort rein. Das brauchten wir dann auch, uns zu übernehmen. Kulturausflug Silberbergwerk. Kinderbetreuung am 24. Dezember. Nachmittag im Seniorenhof. Ausschüssausflug. Muttertagsfeier. Fergele-Trang. Korn-Ernte. Stadenschneiden. Radieschenbaut. Jahreshauptausammlung. Wölpfeier. Nospenbar. Piracap. Odlm. Robsock. Skitog. Vatschelen. Cocktailkost. Lidingball. Ferencann. Lokalburg. Aufernofer. 13. Mai. Bezirks-Trakto-Geschicklichkeitsbahn in Absam. Seid kein Ei und seid dabei. Sonntag. 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 Mäh. Und wir wollten das Video selber machen. Mäh. Denke an Mac-Design. Whoa. ty. darin. Untertitelung des ZDF, 2020